Klimawandel wird uns betreffen. Genaue Vorhersagen sind nicht möglich. Aber Vorbereitung hilft. Hitzewellen, Starkregen, Sturmfluten – vielerorts spürt man schon heute den Klimawandel. Solche extreme Wetterereignisse können zukünftig stärker und häufiger werden. Selbst wenn wir heute unseren CO2-Ausstoß reduzieren und regenerative Energien nutzen, werden Klimaveränderungen vielerorts unvermeidlich sein. Deshalb geht es heute auch darum, sich frühzeitig an diese Veränderungen anzupassen. Gegen des Sturms wurde der gesamte Bahnverkehr in Norddeutschland eingestellt. Bitte stellen Sie sich auf Unannehmlichkeiten ein. Wie werden wir betroffen sein? Wie können wir uns vorbereiten?